Jo, servus Leute, jetzt zeige ich euch wie die Straßenlaterne angeht. Erstmal tut er sich das Gas aufheizen und dann leuchtet er sehr hell. Es kann etwas noch dauern bis er komplett hell leuchtet, Leute. Und jetzt langsam seht ihr wie die Laterne hell wird. Das ist Farbton orange, wie ihr das sehen könnt im Video, Leute. Und jetzt wird die Laterne immer heller und noch heller wird die Laterne. Ganz schön hell ist sie jetzt geworden, Leute. So, Leute, ich hoffe es hat euch mein Video. Gefallen, wenn euch das gefallen sollte, gebt mir den Daumen hoch oder abonniert mich. Hört es unten in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.